Hallo zusammen, nur bevor das Video losgeht, eben kurz eine kleine Warnung, dieses Video könnte ein klein bisschen unzusammenhängend wirken, hauptsächlich weil ich das Video drei-, viermal umgeschrieben habe und ich jetzt nach dem Editing genauso viele Sachen rausgeschnitten habe, wie noch im Video drin sind, das heißt, es könnte ein bisschen zerstückelt wirken. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr könnt irgendwas von dem Video lernen und wenn es nur besser zu planen ist, als ich es normalerweise tue. Beim Worldbuilding unterteile ich meine Nachforschung generell in drei Teile. Der erste Teil wäre eine Erforschung der Grundlagen von dem, was ich umsetzen möchte. Also welche Worldbuilding-Regeln gibt es da, welche Autorenregeln gibt es da, wie wird das Ganze von einer rein wissenschaftlichen Ebene am besten dargestellt und so weiter und so fort. Nennen wir das mal einfach technisches Zeugs. Der zweite Teil der Nachforschung ist, wie so etwas in der echten Welt umgesetzt wird oder wurde. Also beispielsweise gibt es Militärstrategien, die ähnlich von dem sind, was ich umsetzen möchte. Gibt es irgendwelche historischen Quellen, die dem ähneln, was ich machen möchte. Gibt es eine Religion, die so ähnlich ist, wie die, die ich selber erstellen möchte und so weiter und so weiter. Nennen wir diesen Teil mal einfach Echtweltreferenzen. Und im dritten Schritt analysiere ich, wie diese Ideen bereits umgesetzt wurden. Hatten Autoren schon dieselbe Idee, die ich hatte und wie wurde diese Idee umgesetzt. Welche Kritik gibt es an dieser Idee und dieser Umsetzung und so weiter und so weiter. Nehmen wir den Teil einfach mal Medienanalyse. Und damit das Ganze nicht zu vage und schwammig ist, ein kurzes Beispiel, wie man das Ganze am besten machen kann, meiner Meinung nach. Nehmen wir als Beispiel einfach mal ein Elemente basiertes Magiesystem. Da würde ich entsprechend im ersten Schritt mir Quellen raussuchen, die sich allgemein mit Magie beschäftigen. Also zum Beispiel von Brandon Sanderson, wie man Magiesysteme am besten schreibt, die Unterteilung von Magiesystemen, andere Anleitungen für Magiesysteme, zum Beispiel von Cobalt Press und so weiter und so fort. Im zweiten Schritt würde ich mir dann Elementsysteme aus der echten Welt raussuchen. Also sowas wie das Fünf-Elemente-System aus dem asiatischen Bereich, das Vier-Grundelemente-System aus der Alchemie oder die Elementzuordnung für christliche Engel. Ja, das gibt's wirklich. Und im dritten Schritt würde ich mir dann angucken, wie elementbasierte Magiesysteme bisher umgesetzt wurden in den Medien und würde mir dann entsprechende Kritiken an diesen Systemen angucken, mir die Systeme selber angucken, gucken, ob ich selber Fehler finde und dann halt diese Fehler umgehen in meinem eigenen System. Und wenn ich die ganzen Schritte durchgehe, habe ich am Ende einen ungefähren Leitfaden dazu, wie ich mein eigenes Magiesystem aufbauen kann. Natürlich ist es wichtig zu hinterfragen, warum diese Elemente existieren und wie sie ursprünglich genutzt wurden. Und Fantasy hat die doofe Angewohnheit, das einfach nicht zu machen. Darum hat jede Fantasy-Welt unsterbliche schöne Elfen, obwohl sie eigentlich das sterbende alte Zeitalter bei Tolkien repräsentiert haben. Aber jetzt sind sie überall und für immer und symbolisieren gar nichts mehr. Und das bringt mich zum klickbettigen Titel dieses Videos. Die wichtigste Frage, die ihr euch beim Worldbuilding stellen müsst. Warum? Ich fange hier mal mit einem harmlosen Beispiel an, um besser zu erklären, was ich meine. Fantasy, auch gute Fantasy, hat allgemein das Problem, dass sie Rüstungen und Waffen aus dem Mittelalter sehr seltsam und unzusammenhängig darstellt. Was einfach daran liegt, dass das Mittelalter mehrere hundert Jahre an Kriegsführung sind, in denen Waffen und Rüstungen dauerhaft weiterentwickelt wurden. Und einige Waffen sind direkte Antworten auf bestimmte Rüstungstypen und andere Rüstungen sind direkte Antworten auf Waffen und so weiter und so fort. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist die Hellebarde. Eine Waffe, die speziell entwickelt wurde, damit Fußsoldaten einen bewaffneten, in Rüstung gepackten Ritter vom Pferd holen und besiegen bzw. gefangen nehmen können. Etwas, das ohne diese Waffe fast unmöglich ist. Aber falls diese Umstände nicht existieren sollten, also falls es keine vollständige Plattenrüstung gibt, falls es keine Kriegerelite gibt, die den anderen Leuten komplett überlegen ist, falls es keine berittenen Soldaten gibt und so weiter und so fort, ist die Entwicklung einer Hellebarde sehr unwahrscheinlich. Und das wird einfach beim Worldbuilding in Fantasy häufig stumpf ignoriert. Oder um ein Beispiel zu nehmen, was euch vielleicht mehr interessiert, weil kaum jemand interessiert sich dafür, welche Waffen in welches Jahrhundert gehören, außer man ist ein kompletter Nerd. Nehmen wir mal die Französische Revolution als Beispiel. Die Französische Revolution hatte einen ganzen Haufen an Gründen, worum sie gestartet ist, einen ganzen Haufen Gründe, worum sie so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist und einen ganzen Haufen Gründe, worum sie nicht wirklich funktioniert hat. Das ist ein sehr komplexes Netz von politischen Interessen, religiösen Inhalten, wirtschaftlichen Problemen und sonst einem ganzen Haufen an Zeug. Aber das ist nicht, wie das menschliche Hirn funktioniert. Menschen sind gut darin, Muster zu erkennen und wollen gerne einfache Antworten. Das heißt, es ist sehr verlockend, dieses Muster von Revolution, gefolgt von Terror, gefolgt von absolutem Machthaber zu übernehmen, ohne dabei die genauen Umstände zu bedenken, wie das Ganze entstehen konnte. Und um eine Welt zu bauen, die möglichst realistisch ist und sich möglichst natürlich anfühlt, macht es am meisten Sinn, etwas mehr Nachforschung zu betreiben und zu hinterfragen, warum die Elemente, die man in die Welt einbaut, existieren und zu hinterfragen, ob sie wirklich in der Welt Sinn machen. Okay, der Fairness halber, das kommt von einem Typen, der ein Setting mit fliegenden Inseln und Luftschiffen hat, während es einen etwa mittelalterlichen Stand der Technik gibt und teilweise noch wilde Stämme.